Na gut, dann starten wir die Scheiße hier und machen uns den dritten Stern zu unserem Nutzer. Damit wir hier dann auch wirklich mal alles fertig haben. Voll. Am Helfer. Ah, jetzt sind schon wieder alle krepiert. Ah, Rauchen oder steckender Blut. Stechen. So. Oh. Dann spielen wir halt auf Scharfschütze hier. Ah. Aha. Scharfschütze, gell. Ich glaub, das war die falsche Waffe. Oh, fuck. Ich glaub, das war die falsche. Achtung, was ist das bitte für ein Geräusch? Au. Au. Okay, jetzt wissen wir's. Alles klar, jetzt wissen wir's, wieso das auch Stufe 3 ist. Alles klar, alles klar. Hunde, die von sich exportieren können. Bist du neig. Okay, gut zu wissen. Okay. Alles klar. So. Dann suchen wir's. So. Natürlich über einen gescheinen Blick. Die Highwaymen haben die Schmiede zurück. Die geben einfach nicht auf. Diesmal haben sie ihre besten Kämpfer hingeschickt. Auf und andare. BAD, ja. Passt. Scheiße ernst. Na weiter. Das muss ja das heißen, dass ich wir, äh eh sofort zugehen gehen. Oder? Ich glaube. Weil er nicht gleich, Kript ist. Glaub ich. F F Fuck. Passt. Was? Verbündete ist er wieder tot, oder was? Oder ist er... Ah, geko... Warte, dann machen wir den hier. Alles klar. Aber hoffentlich so, dass ich natürlich wieder nichts mitkriege von dem. Wäre ideal. Aha, ich glaube der hat den jetzt umbraucht. Aha, definitiv. Wenn ich jetzt aufgesse, haben mich sicher alle. Nice. Fuck. Fuck. Geh mal auf. Geh mal auf. Geh mal auf. Geh mal auf. Geh mal auf wegen des scheiß Hundes. Haben wir schon mal ein Problem weniger. Ah, komm... Ah, shit. Ah, der Alarm ist eh nicht so wichtig. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Erz leicht überfordert. Fast. So, wo haben wir denn da noch einen? Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. What, what, what? Da haben wir uns ja nur gescheit zielen. Danke. Danke 10. Was? Okay, der schieß da auch wieder einer auf mich drauf. Alter, ich weiß jetzt wieso der so wackelt. Was? Ja, passt. Ich wundere mich gerade, wo ich nicht dabei drauf gegangen bin. Ganz ehrlich. Ich wundere mich jetzt wirklich. Wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Irgendwo ist der Köter. Ah, super. Das ist super. Das ist super, das ist super, das ist super. Oh, ich brauche trotzdem einen Freund und Hilfe. Ey, du bist doch nicht gestorben. Na, wie wärs? Verstanden. Ich bin gleich da. Oh, fuck. Ja, ich hörts schon, ich hörts schon, ich hörts schon. Passt. Scheiss dreck's kühlt da, oder? Oh, fuck. Hinter mir, gell. Aha, definitiv. Definitiv hinter mir. Ha! Haben wir geschafft. Haben wir mal hinter uns. Oh, wie süß. Du bist doch nicht einmal geboet, Havara. Du bist doch nicht einmal geboet. Ha! Jetzt kann der sich wenigstens auch nicht bewegen. Jetzt warten wir mal ab. So. Oh. Alter! Der will können wir mit dem Vorratsspiel. Das ist navisch. Ah, noch welche. Das ist super. Ah, von wo? Was? Okay, das ist nicht schön. Okay, das ist gar nicht schön. Ah, fuck. Von der Seite. Der Ingo da. Ingo da schierst du. Da. Da. Mach ihn da fertig, gell. Ich geh mal wieder von der Seite. Da. Ja, da gehst du sowieso anscheinend wieder die gleiche Seite. Ah. Fick dich, Alter. Da. Ah, shit. So. Äh. Haha. Nein, 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 nein. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Passt. So. Äh. 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 Das werden wir jetzt nicht überleben. Äh. Äh. Da wisst ihr wie mich das ärgert. Ein Wahnsinn. Das ärgert mich. Aber. Es könnte noch gut für uns ausschauen. Es könnte noch gut ausschauen. Waren wir. Da. Schnell noch nachladen. Wieder einmal weniger. Es tut nicht so einfach, wie ich es mir gedacht habe. Ganz ehrlich. Nicht einmal annähernd. Da hin. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten vorbei schon. Servus. Tschüss. Bist du da. Das hat was. Es hat was gehabt. Bist narrisch. Also in dem Niveau. Expeditionen. Ja. Hut ab. Hut ab. H. Gibt wirklich viel spaß für jeden. Da. Ja. Ich glaube wir sollten mal alle schönwärf mal wiederbeleben. Ich hab halt keine Kräuter mehr ansehen. Ah dafür nehme ich trotzdem die Mädel. Na nicht die Lady. Für geheime Aktionen nimmt man. So. Es kann man wenigstens eins komplett. Ah, blühen ein paar Beute, ne? Auch interessant. Ja, passt. Next, 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 next. Eins machen wir da noch und dann geht's voran mit unserer Story. Alles episch hier, Bstar. Da war ich natürlich locker fertig. Ich bin gespannt bei dem jetzt. Schön, brav. Die ist ja auch so. Die Highwaymen haben wieder die Werkstatt übernommen. Sieht aus, als würden sie sie mit schwer bewaffneten Kämpfern verteidigen. Geh mit voller Kraft rein, um das Ethanol zu holen. Was? Passt. Wieso immer noch immer die Lady? Hab ich nicht gesagt gehabt, ich will den anderen Hubschi. Aha. Passt. Geh mich dir nicht übel. Gib auf dich an. So. Mach ihn fertig. Ich gehe gleich mal zur anderen Seite. Weil ich glaube nicht, dass der auf Anhieb episch ausschalten wird. Fuck. fuck, 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 fuck. Ich hab's blödsbergeist. Fuuuuuun! Fuck, 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 fuck. Scheißu und zoon da, da. Aboll. Sooooo, ich hätte ja gesagt gehabt, ich würde in ein Gebäude gehen, den biege ich mir vielleicht abfrocken. Dann habe ich ja nicht so die Explosionen. Aber da geht's ja nirgendwo ein. nur größeres problem immer mal die andere da haben wir vielleicht ja noch mehr oder was wir können sie ja gar nicht mal schützen können sie nicht wirklich die derzeit ja er geht eh schon da hin passt aber jetzt er f***t ja geht er durch und der sooo es kommt ja es dauert noch ein bisschen fast das muss ich nicht zu das muss ich nicht zu passt stumm ist king oder nein kein raketen werfen bitte nicht das überlebe ich dann nicht ist der gestorben fangen wir jetzt wirklich ja na er ist jetzt schon krepiert was ist denn das gebieter wenn er jetzt schon so schnell krepieren ist gefahrt sooo da haben wir noch paar von einer passt einer weniger zwei weniger waren wir da oh da haben wir was ne das ist nur der helikopter achso da kommt die kavalerie hier sehr schön Wär geil wenn es explodiert jetzt mit dir ha tschüss wir müssen dann wir müssen dann schauen dass wir wieder eine utility haben schuss denn da nur einer auf was der ist liebe der kommt sogar extra in der arfe das ist super das ist wirklich nett tja so man die zion auffüllen definitiv und ab geht's aha klare 300 die formen aber schon wieder ein tausender perfekt definitiv auffüllen so der moment garage auf kann man auch von hier aus okay ja da brauchen wir ja noch 200 300 und werden wahrscheinlich ja da müssen wir noch vorteile mann ich definitiv ja dann hat sich wieder dann schauen wir gleich mal an wie es hier nun perfekt wenn sie vor ich bitte einsteigen dankeschön schnuckabuzi zucker schnute genau angebrachte oder da sind wir okay später wissen wir sowieso nicht immer mehr was man mit die ganzen geräte machen sollen da war aber zum glück eh genug vielleicht müssen wir auch von jeder kategorien wieder neu repisch machen und dann schauen wir dann auch mal die dritte